Hallo zusammen! Wusstet ihr, dass viele Menschen gar nicht in ihrer natürlichen Stimmlage sprechen? Mit diesem Video findet ihr heraus, wie ihr wirklich klingt. Viele Menschen empfinden längeres Sprechen als anstrengend. Andere haben das Gefühl, dass ihre Stimme auf Gesprächspartner schnell unangenehm wirkt. Wer jedoch weiß, wo seine eigentliche Stimmlage sitzt, kann mit möglichst wenig Aufwand stundenlang reden, ohne zu ermüden und das, ohne dass die Zuhörer irgendwann flüchten. Ziel ist es, die sogenannte Indifferenzlage der eigenen Stimme zu finden und jederzeit abrufen zu können. Das ist die Stimmlage, in der ihr gelassen, ruhig und kompetent klingt. Außerdem ist sie die ökonomischste Form, eure Stimme zu nutzen. Professionelle Sprecher zum Beispiel reden mit ihr stundenlang und nutzen den Vorteil, dass ihre Stimme in der Indifferenzlage besonders resonant klingt. Und so findet ihr die Indifferenzlage. Das Schöne ist, dass es im Grunde genommen ganz einfach ist. Stellt euch vor, ihr telefoniert mit jemandem, der euch eine lange interessante Geschichte erzählt. Ihr hört zu und gebt dabei hin und wieder ein entspanntes zum Besten. Eure Stimme klingt dabei entspannt und tief, ohne aber dabei im Keller zu sein. Alternativ könnt ihr euch auch vorstellen, dass ihr gerade ein großes Stück eurer Lieblingsschokolade esst und sagt Mmmh, Schokolade. Beide Übungen führen euch zur Indifferenzlage eurer Stimme. Diese Stimmlage ist eure Basis. So wollt ihr sprechen. Denn so wollt ihr klingen, wenn andere euch als angenehm und vertrauenswürdig einschätzen sollen. Also fast immer. Macht diese Übungen besonders in der Anfangszeit immer wieder. So werdet ihr bald jederzeit in eure professionelle Sprecherstimme umschalten können. Natürlich könnt ihr als professioneller Sprecher mit eurer Stimme nicht ununterbrochen in der Indifferenzlage bleiben. Das wiederum würde monoton klingen. Da Indifferenzlage innerhalb eures Stimmumfangs am oberen Rand des unteren Drittels liegt, habt ihr also noch genug Gestaltungsspielraum nach unten und noch viel mehr nach oben. Was ihr mit eurer Stimme alles machen könnt, damit der Text zum Erlebnis für die Zuhörer wird, das erfahrt ihr in unserem Video Möglichkeiten der Gestaltung. Ihr solltet aber während des Sprechens, immer wenn es passt, wieder zu eurer Indifferenzlage zurückkehren. So schont ihr eure Stimmlippen und vermittelt gleichzeitig Herr oder Frau der Lage zu sein. Das war unser Video, so klinge ich wirklich. Und nun viel Spaß mit eurer natürlichen Stimme.